Nein, heil! Ein Zelt! Starten wir! Wir am Zelt? Ja! Wir beide! Und Gavin ist da unten! Oh nein! Forever alone! War lecklich fett, ey! Oh man, ey! Jetzt bin ich wieder am verdursten und am verhungern! Das kann doch nicht wahr sein! Wahrscheinlich wie er drin achtundzwanzig Tage nichts gefressen hat! Und es leckt wie Arsch! Ach, bei dir auch? Ja! Bei mir schreibt er, äh, hostnut responding! Und bei mir schreibt er mit zwei Fraps an! Okay! Geil! Klasse! Oh! Langsam verfluche ich dieses Spiel! Nix zu fressen, nix zu trinken, geil! Spiel, ich verfluche dich! Also, Kai ließ dich auf jeden Fall schon mal! Ja, hier steht ne Hütte! Ja, genau! Bin auch noch Kilometer weit weg! Ja! Findet irgendwas zu trinken, ja! Ihr seid gut! Ja! Ja! Tief! Ach ne, ich will laufen! Hi! Ja! Ja! Wo bist du? Beim Flugzeug immer noch! Leute, ich komme! Dauert aber nur einen kleinen Moment! Ja, hol! Nur mit der Ruhe! Ich bin jetzt gerade da, wo Muschiklausel vorhin war! Oh, ich sehe Kevins Namen! Unter mir! Hm! Ich weiß nämlich ganz genau, welche Höhle das ist! Und wir gehen da jetzt von der anderen Seite rein! Von der anderen Seite! Oh, jetzt heult der hier rum, weil er nix zu fressen und nix zu trinken hat, ey! Schildkröte! Du kommst mir gerade gelegen! Ja, ich bin hier hinten schon wieder bei dem Pimmeligen Piet! Den Pimmeligen Piet! Piep, 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 piep! Pimmel Piet! Mal ruf die Schotten! Oh, heul nicht rum, ey! Als ich gespeichert hatte, habe ich auch was gefressen gehabt! Kack, stell jetzt sehr eng! Jan, soll ich jemanden wemkommen? Ja, hier ist irgendwo so eine dumme Fotze und ich bin fast tot! Warte, sie sagen ja! Ja! Boah! Au! 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 Ach, jetzt gehst du wieder hoch, ja! Ach, jetzt gehst du wieder hoch, ja! Na, komm mal hier hoch! Und wenn du jetzt Richtung Flugzeugschnauze guckst, dann siehst du Typen! Ja! Ich muss irgendwie mal meinen Durst, keine Ahnung was, und Essensdings wieder hinkriegen! Okay, Essen habe ich ihn gekriegt! Aber Durst! Durscht! Ich kann mir einen Smartwissen! Auf jeden Fall, müssen wir wieder nach oben! Wir müssen nämlich in die Richtung! Warte, ich bin jetzt auch gleich wieder in der Oberfläche! Was zur Hölle, hier sind Muschiklauslarven! Was zur Hölle, ey! Wo kommen die jetzt wieder her? Flieger-Tüt! Komm ich da noch mal rein? Ich weiß es nicht! Dann könnte ich mir eventuell noch was zu snacken und was zu trinken mitnehmen! Hier ist noch ein Koffer! Ah, kacke! Ich will da nicht hoch! Weil er ständig Leben verliert! Ach, hallo! Alkohol! Was hab ich mit Alkohol, man? Ja, ja! Tablett! Also, Tablett! Hinter dir! Wo kommst du her? Na, aus der Höhle! Ist er ausm Arsch gekrochen gekommen, ja! Ja! Reicht nicht! Nächste! Du solltest nicht den Stein nehmen, Man! Nöö! Reicht nicht! weiter 5 Fiener Katynia Nö bei der Leimarm und Scheiße ich kann wieder so ausgedurstet sein essen kriege ich auf jeden fall fit aber trinken nicht immer noch nicht alle suchen uns mal irgendwo ein tümpel oder so ein kack warte wir sind hier wir müssen in die richtung blume muss auf jeden fall irgendwo eine höhle sein auch abschieb hat sie und nun auch hier auf dem trinken mit mitgeteilt tausend tempel nun bei einem brauchst nur nach dem stück eine Klaus mehr ich habe mit ihr aufgefunden da ist ja auch ein Und du sollst ja nicht reinspringen, du sollst was trinken. Alter. Oh, das ist auch noch ein Stein drin, ey. Hm. Hüfte. Alter, immer noch nicht. Jetzt. Ach, hier hätten wir doch ein Lager aufgeschlagen, das eine Mal. Ja. Wir wollen nur irgendwas zu futtern wieder. Ich könnte ein Feuerschen aufmachen. All right, kommen wir zu dir. Ja. Ich weiß auch nicht, warum mein Charakter irgendwie immer so viel Durst hat, ne? Ja. Ich habe meine ganze Tasche leer gesorgen. So, ich habe da jetzt mal ein Lager draufgepackt. Dann habe ich da jetzt noch ein paar Nickel drauf. Und da packe ich mir mal ein Feuerschen drauf. Und dann noch Kevins ganze Tasche halb leer. Ja, ich habe jetzt auch noch drei. Die war so gut wie voll. Meine war voll, ich habe gar keine mehr. Fünf Flinkers habe ich weggeballert. Ja. Und mein Essen ist jetzt gerade so... Fotzenhaar davon entfernt, voll zu werden. So. Neue Item. Was gibt's denn? To-Do-List. Explore that cave. Okay. Let's go. Und schon wieder in der dunkle Höhle. Aber guck mal, es ist noch ein altes Feuer von uns. Ja, ich komme nämlich an Kai vorbei. Moment. Ich habe gerade kurz... Ja, ich habe mich schon vorbeigeschummelt. Voll die Kamera am Mund. Hier ist eine Kiste. Spock. Kiste. Soda! Guck mal da links, wo die Leiche ist. Da ist auch noch eine Kiste. Da ist auch noch mal Soda drunter. Sitz Nummer vier gefunden. Jo. Hier war man doch schon in der, ne? Kevin hackt hier wieder alles kurz und klein. Ich habe schon wieder ein New Item. Alter, Mann, ey. Zombie, ich habe echt gar keine Bilder an hier. Boah. 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 waren wir ja hier auf jeder meuse aber wir müssen hier zurück unternehmen so dass wenn er braucht als scheiß drauf jetzt gehen wir da lang aber da kann man doch erst raus oder nicht ich habe die aufeinander gestapelt wo ist das dunkel hier und keine fackelein nur ich auch gerade aber dass die bretter und da ist der gang wo er durchgefallen sind dann müssen wir zurück wollen wir sagen wir müssen dann zurück und bei da lang da wurde die kleinen schacht da da sind wir doch davon noch da reingefallen wo wir doch nicht mehr zurückkommen das ist hier der kleine schacht ja niemals doch doch hier wäre zurückgegangen hier ist doch wasser ja war bei manu nicht auf das ist wieder so da ach ja so ist das wir suchen auf jeden fall irgendwie so ein holzkopf ich würde ja ach nee hier ist ja dies hier aber wieder so extrem tauchen ich meine die hülle ist das nicht jetzt hier also zumindest nicht der eingang da hängt ein typ von der decke hier sind wir reingekommen jetzt ja nicht hier oben hier ist ein feuer hier ist ein feuer ach das ist ich weiß welche hülle das ist habt ihr recht glaube ich oder ja bei dem anderen war ja wieder dieses äh da ist auch schon dieser rosa teich da zu tauchen wo wir nichts sehen konnten und die luft nicht ausreicht ja dann müssen wir doch hier lang ne so freunde ich kling mich an der stelle jetzt aus ja weil ich mag nicht mehr höhlen sehen würde ich sagen wir sehen wir uns morgen zu einem anderen spiel war ja klar ja klar alles gleiche dann sag ich schon mal tschüss bis gern bis gern